ja wieso weil du den schlüssel hast den verlierst du nämlich nachdem du ja schlüssel was hast du denn verstanden du hast kein schnitzel ein schnitzel genau deswegen warum was ist passiert du hast ein schnitzel ich habe auch kein schnitzel habe ein schlüssel haben den sonnenschein ich habe ja auch kein gröde braucht man sieht man doch genau man sieht das doch im vorhergehen und da einst dabei ist oder meinst du das hat was damit zu tun wir können können es nicht ausprobieren können wir aber eigentlich gesehen wenn das vielleicht liegt das wirklich daran dass es einmal verschiedene sind aber eben auf einem heißen planet eben heiße sachen und daran liegt es nicht weil wir waren gerade auf einem radioaktiven der hat nichts damit zu tun aber wir können ja dann dein nehmen wenn du schon einen gefunden hast aber guck auf die geschwierigkeit weil die haben unterschiedliche geschwierigkeitsgrade wir waren gerade auf einem planeten mit der stufe drei dafür waren wir auf der sechs das ist ein v und zwei ein oh gott also stufe sieben also noch stärker als die die wir hatten das v bedeutet fünf und die beiden einzelne striche stehen für jeweils eine eins wenn es zusammenrechnen kommt sieben raus kann auch einen anderen rufen kannst du auch kann ja nur nicht sagen was ansonsten nehmen wir meinen noch mal wüsste halt gerne ob deshalb der einzige also in der galaxie wo ich jetzt um einmal ich hab hier noch ein radioaktiven ich verbrauch mal ich habe noch ein zweites geht wer ob das jetzt auch so hoch ich hab genug treibt doch okay ich treibe mehr als stoff hahaha bei mir treibt es doch bei mir treibt der stoff sein unwesen krass so jetzt guck ich mal was er hier hat tu das tu das das ist auch ein level 7er super du suchst immer die schweren raus das ding ist ich sehe das doch vorher nicht ich weiß du ja weißt du wenn das klein oder groß ist ja das siehst du vorher gar nicht du musst du immer erst hinreisen damit du das siehst und ich bin verreist dir ist meine fahne noch gar nicht aufgefallen doch volle eine mit blumen ich bin ja nicht blind da habe ich den letzten spruch gerade jedes mal wenn ich hier online komme in mein schiff habe ich irgendwas neues ja da bleibe ich das ist eine ecke die mag ich da ist ein getway, luna, savannah, forest, jungle, toxic, alien und ein desert oha da will ich hin und da bleibe ich auch da setze ich mir meinen bookmark tu das das ist gut hab ich ganz selten ja dass du so viele auf einmal hast in einem ähm pass auf und jetzt ist es gleich getway in level 9 ich weiß gar nicht, früher gab es level 10 planeten, das war das höchste also level x ja ertrecke mich mal ja nicht schon schlimm genug, dass ich sie mal gepunkten habe ok wo ist hier das gateway äußerst am rand ok wir nehmen deins wieso level 9 8 ne 8 8 ja level 8 ich würd zwar ganz gerne, aber ne ich komm zu dir, geh mal du zum level, zum game ok 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 aber ich behalte trotzdem diese Planeten im Auge weil ich da sind so viele aufeinander, weißt du? ja das ist schon mal ganz cool du musst zu dir ich weiß, du hast hier was neues stehen, ne? wo denn jetzt schon wieder? nach vorne, am Eingang uh, jetzt habe ich den Waffendingentomen hab ich gefunden ja ja, wer weiß wo der sieht schön aus, ich wollte den haben jetzt muss ich mich mal umziehen, ich will mal, ich will mal, die Flügel passen zu meiner Rüstung ich bin der rote Elbe so, ich bin jetzt hier, wenn du soweit bist warte, ich wollte das zum Anzen gucken ähm ich bin ne rote Elbe mit Afrokopf ne rote Elbe mit Afrokopf, ok ok, mit Brille ja alles klar die Brille ist schöner die passt zu einer Elbe 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 auch noch auf der Elbe mit Biliz nein, jetzt habe ichs ich habe das Perfekte mhhhhh ich habe ein Fühler jetzt fühle ich etwas Oh nein, dann mach doch gleich nur das Bienenkostüm dazu. Das hat es nicht mehr. Es ist weg. Ich komme zu dir. Ich habe jetzt Hühle. Ich bin ein Elfentier. Ein rotes Elfentier. Nein, du bist ein Schmetterling. In Elfenform. Oh, das Rot passt zu deiner Rüstung. Sag ich doch nicht genau wie meine... So, was muss ich jetzt tun? Das Ding anklicken. Und dann aktivieren? Ja. Okay. Und wieder sowas. Mann, ich will nicht sowas. Ja, jetzt müssen wir durch. Ja gut, jetzt geht der Schlüssel sonst verloren. Dann suchen wir danach nochmal ein anderes Gateway. Dann gucken wir einfach mal auf den Level 8 da. Erstmal müssen wir ein Dings kaufen. Oh, das scheint wieder sowas wie am Anfang zu sein, weil hier ist wieder diese komische Schrift. Kann die jemand übersetzen? Ja, ich habe die letzte Nacht gelernt. Was? Das sagt Kasse. Da steht... Buspel, Buspel. Mh, üpp, wie, das, ein... Anderes Wort. Not, et, as, was auch immer. Wenn ich das... Ich kann das Ding einscannen. Und wenn ich es einscannen, sagt meine Figur, dass er keine Zeit hat für solche großen Wörter. Zum Lernen. Du wunderst dich nur, was da steht. Ja, ja, ich... Deswegen... I wonder... Ich wundere mich, was da steht. Ich wundere mich auch, was da steht und dass du das nicht lernen willst. Ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich wirklich daran liegt. Ja, an den Schlüssel kannst du da nicht liegen, weil die sind ja immer gleich. Du musst mal gucken, was dein Hauptplanet ist. Ich habe doch gar keinen Hauptplanet. Das ist radioaktiv. Dieses... Ja, und radioaktiv vielleicht... Hast du mal geguckt, wie die meisten Planeten dort sind im Radioaktiven? Äh... Giftig. Ein Giftplanet war dabei. Kein Vulkan. Oh, okay. Ein Vulkanplanet war extra nicht dabei, weil die können nämlich dort gar nicht sein, auf diesem Radioaktiven. Weil dafür gibt es ja extra den feurigen Stern. Oh Gott, jetzt auch noch nach oben. Oh, wieder sowas hier. Huh! Ja, da sind wir genau wie im Ersten. Ja. Aber wir müssen das jetzt machen, sonst wird der Schlüssel verschwendet und die sind nicht billig. Hab ja nicht gesagt, dass wir ihn jetzt aufgeben. Wenn der Stein nicht aufwachen soll, wacht er auf. Ich meine nur, wir sind immer genau da, wo wir beim allerersten Mal waren. Ja, das war der allererste Dungeon, quasi. Huh? Ja. Und dann ist wahrscheinlich auch der erste Boss, na toll. Na gut, aber da wussten wir, wie es geht. Ja, aber das war schwierig, weil du musst den Boss in die Stachel lenken, damit sein Schild ausgeht. Aber nachdem wir standen... Guck mal, hier ist wieder die Tür, die wir vorhin nicht hatten. Ach doch, die hatten wir. Hoi. Hoi, Rika. Aber hier sind wieder Roboter. Hä, ne, die waren am Anfang nicht da, was? Vermischen wir jetzt alles, oder wie? Ah, du hast einen Roboter bei dir. Vorsicht. Ja, ja. Aber hier hinten ging es auch noch so. Ja. Au. Warum ist noch eine Biene? Ne, ich glaube nicht. Vorsicht, Fuchs in dir, oder? An mir. Du bist fuchsig! Ich kann diesen Fuchs nicht bekämpfen außer Distanz, weil meine Blumeränge nicht so weit reinge. Ja, mein Problem ist halt, dass ich manchmal nicht... Hoch. Ah, ah, ah. Es war sehr schlau von mir, hier einfach so runter zu springen. Aber ich dachte auch gerade, das sieht irgendwie anders aus. Vorsicht. Fliege im Anmarsch. Eck. Wer ist im Anmarsch? Die Fliege. Oh. Du hast eine Falle aktiviert. Okay. Oder muss man da schnell sein? Ja, man muss schnell sein. Ich sehe, da drüben sind... Du hast sechs Sekunden Zeit, um rüber zu kommen zum anderen Raum. Außer du rollst dich rüber. Oh. Das ist nicht gut, was du machst. Ah, hier ist eine Truhe. Möchtest du die Truhe? Ja, einer muss den Schalter drücken. Dann nimmst du die Truhe, ich nehme die nächste. Bereit? Äh, jetzt muss ich... Dingsen. Wir haben ja kaputt. Jetzt noch ein Schalter. Warte mal, ich versuche, wie wir den Schalter... ...was auch immer jetzt passiert ist. Da oben, du musst die Zeit noch abwarten. So, jetzt... Du hast damit die Tür aufgehalten. Also, die bleibt jetzt auf. Dadurch, dass du den Schalter gedrückt hast. Na, ich will meinen Stab upgraden und damit jetzt kann es das. Ich kann das noch nicht. Mir fehlen noch... ...500. Und mein Stab? Ich brauchte 1250. Ich brauch 2250. Ich hab deswegen nicht... Nee, ich wollte was anderes upgraden. Ich wollte was sagen, aber ich wollte ja nur den Stab. Man kann also nur Wicht-Spezial-Items upgraden. Naja, nee, ich wollte ja den... Der Stab war ja ein Spezial-Item. Ja, weiß ich. Den wollte ich halt upgraden. Kannst du auch, aber der Stab ist ziemlich langsam. Ich will ihn ja nur so upgraden, weil ich den toll vom Aussehen her finde. Das stimmt. Ich will ihn nur so upgraden. Ich nutze ihn eh nicht kaum, weißt du selber. Ich meine, jetzt, wo wir die zwei Waffen haben, die wirklich gut sind, haben wir... Ja, tu sowieso mit deiner Waffe. Meine Truhe. Aua, ich bin schon dran. Ich dachte, dass ich die Truhe haben will. Ach, hier geht's wieder runter. Hier waren wir vorhin. So, äh, von wo kamen wir? Äh, über die Lara, links. Jetzt müssen wir hier lang? Wir können da drüben... Äh, hier haben wir mal... Da waren wir, siehst du? ...Gegner. Ah, hier oben waren wir noch nicht. Und hier auch nicht. Wir können nach oben oder nach links. Äh, rechts. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin, wo er kommt. Vorsicht, Fliege! Fliege, Fliege, Fliege. Fliege, Fliege, Fliege. Da weiß ich mir, die Blüte, 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 die Blüte. Ja, auf deinen Kopf. Hat keinen Zettel im Schnabel und mag dich trotzdem nicht gern oder so. Hat keine Heilung im Schnabel und hat dich trotzdem lieb. Oh, das sah lustig aus, gerade in meinem Bild. Es sah so aus, als wenn der Fug...